hallo leute es ist sonntag abend 7 uhr in den letzten fünf stunden haben tobias und ich ja was haben wir gemacht eigentlich das musikalische genie war bei uns und wir haben einen hit produziert epischen ausmaßes das kann man wirklich so sagen also wir haben den wirklich geschrieben produziert aufgenommen arrangiert interpretiert kommuniziert das geschieht jetzt gerade lasst euch überraschen ich glaube ich verliebe mich gerade ein bisschen in den sammel weil der so schön die gitarre fälscht weinend wartet desirée denkt sich der alte test 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 besser auch die nächste zeit wird ganz schön hart also wir können auch die nächste zeit wird ganz schön hart santa ist nicht am start ok wir probieren es einfach mal jetzt habt ihr den salat die nächste zeit wird ganz schön hart santa ist nicht am start das ist so verstrahlt ja liebe leute das waren ein paar eindrücke aus der mutter aller kreativen prozesse würde ich mal sagen den tobi und ich dadurch durchlaufen haben das resultat ist jetzt hier irgendwo verlinkt mir bleibt dann nur euch frohe weihnachten zu wünschen schöne feiertage einen guten rutsch und ein richtig richtig super schönes neues jahr